Also Jungs, mein Garten-Grillfest ist in genau drei Wochen am Samstag. Habt ihr da Zeit für mich? Perfekt! Und ihr übernehmt den kompletten Partyservice, also mit allem drum und dran. Essen, Getränke? Ja? Ja! Okay. Ihr wisst aber auch, dass da richtig viele Leute kommen. Ich hab all meine Freunde eingeladen. Und die sind sehr anspruchsvoll. Da sind Leute dabei, die sind Veganer, wir haben Vegetarier, wir haben Fleischesser. Kriegt ihr das hin? Null Problemo! Und ihr wollt die ganze Zeit so am Grill stehen? Na, Siggi! Die Grillenden grillen! Äh, machen wir uns vor Colleen gerade zum Affen? Sehen so Affen aus? Colleen Ulmen Fernandez hat's drauf. Sie begann ihre Karriere als Model und Tänzerin und überzeugt mittlerweile als Fernsehmoderatorin, Schauspielerin, Autorin und Reporterin. Außerdem engagiert sie sich für soziale Projekte. Eine starke und vielfältige Frau, diese Colleen. Das machen wir schon. Und nicht nur das. Du warst doch in der Jury von The Masked Singer. Unser Partyservice hat sich für dein Grillfest extra was einfallen lassen. Die grillenden Grillen werden nicht nur grillen, sondern auch singen! Wir haben auch schon den Song geschrieben. Ja, der ist aber noch nicht fertig. Der ist sowas von fertig. Absolut noch nicht fertig. Es geht um die Liebe und ums Grillen. Hit it, Marf! Mein Grillenherz brennt lichterloh! Hey ho, hey ho! Seit ich sie kenn, bin ich so froh! Hey ho, hey ho! Mist! Was denn? Es gefällt dir nicht! Naja, der Song ist auch noch nicht fertig und so. Ach nee, auf einmal!